Hi, ich bin der Nico und herzlich willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für Adidas. Ich war von Anfang an klar, dass ich praktisches mit theoretischem verbinden möchte. Deshalb habe ich mir von Anfang an gesagt, dass ich eine Ausbildung und ein Studium in einem modernen Unternehmen absolvieren möchte. Deshalb glaube ich, wäre ein duales Studium bei Adidas perfekt für mich. Wenn ich jetzt Interesse geweckt habe mit meinem Video und mit meiner Person, dann hoffe ich natürlich, dass ich Sie bei persönlich kennenlernen darf.